Die Leute sind im Sack und bei den anderen, da geht's so richtig auf Selbstbewusstsein. Ja, aber jetzt schauen wir mal hin, man. Wenigstens sieht es jetzt nicht mehr ganz so schlimm aus. Ein unglaubliches Tor, da ist er volles Risiko gegangen. Und wurde belohnt. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Da hat er toll Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Keeper. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Danke, ihr seid. Beide strawberries.